Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Overlord Erklärt. Ich bin Shergog hier nicht und heute soll es mal um Einsolgons VR-Headset gehen. Oder eher gesagt, das von Sotoru Suzuki. Denn als er das damals zum ersten Mal trug, war er ja noch ein Mensch, in der dunklen dystopischen Zukunft des fernen Jahres 2138. Oder damals noch 2126. Denn er hat ja zwölf Jahre lang Yggdrasil Online gespielt. Und die reale Welt damals war echt schlimm. Das Wasser, die Luft und selbst die Arbeitsbedingungen waren extrem toxisch. Und die einzige Zuflucht, die man vor so einer grausamen Realität in dieser Zukunft fand, war die virtuelle Realität in eben dieser Zukunft. Und als jemand, der wirklich mal versucht hat, ins Internet zu ziehen, dann aber nicht durch das Kabel gepasst hat, wer hat auch ahnen können, dass die WLAN-Kabel so eng sind, kann ich es ganz gut nachvollziehen, was man an diesem Direktzugang zu Catgirls so spannend findet. Und auch wenn der letzte Satz halb Ironie und halb Geständnis war, so ist der Eskapismus einer der Hauptgründe, warum das Headset in der Zukunft so unglaublich beliebt ist. Und es erklärt auch ganz nebenbei, warum Einsolgons so wenig Probleme damit hat, sich in der neuen Welt zurechtzufinden, beziehungsweise sich in ihr, also in einem dreidimensionalen Raum, zu bewegen. Also jetzt mal abgesehen von seinem emotionalen Dämpfer natürlich, der ihn gleichgültig gegenüber Außenstehenden macht, indem er jede starke Emotion herunterregelt. Aber dennoch. Zwar besteht gefühlt die Hälfte jeder Abenteuergilde in jeder x-beliebigen neuen Welt mindestens zur Hälfte aus japanischen Angestellten und die anderen 49,99999% sind dann Fanservice-Charaktere und der Rest Goblin Slayer. Aber ein Leben, das man bisher dem Kampf gegenüber unsauber aufgearbeiteten Excel-Tabellen geführt hat oder es zumindest damit zubrachte, das gelöschte Internet auf dem Computer eines älteren Kollegen wiederherzustellen, indem man Chrom vorm Papierkorb wieder auf den Bildschirm zieht, bereitet nicht unbedingt auf das Leben als Auftragskiller vor, der tagtäglich im Kampf gegen Monstrositäten im Nahkampf kämpft, dem Tod ins Auge sieht und wahrscheinlich regelmäßig wiederbelebt werden muss, weil irgendein Kollege, mit dem er zuvor Streit hatte, nicht einfach nur zum Chef gegangen ist, sondern aus Versehen sechs Pfeile und die Armbrust, die er ihm in den Rücken gejagt hat. Und deswegen war das VRZ so wichtig. Nachdem 1-2-Gone verstanden hat, wie man Zauber wirkt, war er im Großen und Ganzen genauso geschickt im Kampf wie auch schon in Yggdrasil Online. Einfach weil er sich auch dort, in einer dreidimensionalen Umgebung bewegt hat, dank des VR-Headsets. Er entwickelt wurde es übrigens, jedenfalls laut WebNovel, am Ende des 21. Jahrhunderts. Zunächst für militärische Anwendung gedacht, ich sag jetzt einfach mal Riesenroboter steuern, wurde es später auch für medizinische Zwecke verwendet. Da die Entwicklungskosten aber hoch und die Entwicklungsdauer lang war, und wir reden hier von Jahrzehnten, wurde eine immer noch kostspielige, aber leistbare, abgespeckte Variante für die Normalbevölkerung entwickelt und vertrieben, um die Kosten wieder reinzuholen. Was uns zum nächsten Punkt bringt. Wie funktioniert das Gerät eigentlich? Nun, da es sich um Technologie aus der fairen Zukunft handelt, wird eine ganze Menge Sci-Fi diesem Headset zugrunde liegen. Aber einige Funktionen sind sogar weitestgehend schon heute möglich. Wenn auch umgekehrt. Zunächst wird eine stabile Hochkapazitäts-Internetverbindung über einen Port im Nacken des Nutzers hergestellt. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Pure Sci-Fi. Eine stabile Internetverbindung. Ich nehme jetzt hier auch einfach mal an, dass die Nerven, die Herzschlag und Atmung steuern, nicht mit eingebunden werden und adressiert werden können. Einfach um Unfälle zu vermeiden, falls das System mal abstürzt. Doch diese Verbindung ist tatsächlich nur der Exit-Port. Das Gehirn der Nutzer, beziehungsweise injizierte Nanobots im Kreislauf des Spielers sorgen für die eigentliche Berechnung. Wahrscheinlich nutzen die Nanobots sehr schwach und präzise gesteuerte elektrische Ladungen an 4 Millionen Nervenenden gleichzeitig und damit dann eine virtuelle Umgebung direkt in das Gehirn der Spieler zu simulieren, was ein komplett realistisches Eintauchen in die Fantasy-Welt erst ermöglicht. Neben dem Fühlen und Hören wird aber auch das Sehen im virtuellen Raum ganz ohne Linsen im VR-Headset selbst ermöglicht. Der Helm stimuliert dazu die Nervenzellen in der Region des Gehirns. Wahrscheinlich mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen und wahrscheinlich auch nur die dafür verantwortlichen Bereiche, um die virtuelle Welt ganz ohne beschlagenes Glas oder Linseneffekte im Kopf des Spielers darzustellen. Und das Verrückte daran ist, dass diese Technologie bereits jetzt in umgekehrter Form existiert. Ich verlinke euch mal ein Video von einem VR-Enthusiasten, der seinen Computer mit Hilfe von Gedanken steuert, in dem ein neuronales Interface die Aktivitäten im Sehzentrum seines Gehirns ausliest und die dann per Bluetooth dem Computer signalisiert. Hat jetzt zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber man könnte bereits jetzt ein ziemlich geiles Naruto-VR-Game machen, wegen Amaterasu und so. Okay, weiter im Text. Denn dadurch, dass der Exit-Port des VR-Heads am Hals liegt, werden die eufaktorischen Nerven, also die Geruchszellen in Mund und Nase, nicht abgegriffen. Bedeutet, in der virtuellen Welt von Yggdrasil oder Eberrish oder anderen Online-Spielen konnte man nichts schmecken oder riechen. Was, wenn man bedenkt, dass die große Guft von Nazarik voller Untote ist, doch eher ein Vorteil zu sein scheint als ein Nachteil. Das war auch einer der Gründe, aus dem 1 Olgo nach seinem Transport in die neue Welt feststellen konnte, dass er wirklich in einer anderen Welt gelandet ist und nicht nur in Yggdrasil 2.0. Denn es ist unwahrscheinlich, dass er das Bohren eines neuen Kabelausgangs in der Nase, der auch noch an seine Nervenzellen angeschlossen werden muss, nicht bemerkt hat. Zudem hat auch der Exit-Port Limitationen in der Bandbreite, auch wenn das wie gesagt Zukunftstechnologie ist. Zu guter Letzt ist das VR-Headset aber, genau wie jedes andere Stück Software, das jemals existiert hat, auch hackbar. Was, wenn man bedenkt, dass man nicht nur ein Headset auf dem Kopf hat, sondern auch Nanobots im Gehirn, recht bedenklich ist. So wurden beispielsweise die Gehirne von Hacking-Opfern für Verbrechen benutzt. Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass die Rechenkapazität der Gehirne gekabert worden ist, sie dann zu einem Botnet zusammengeschlossen worden sind und man damit versucht hat, Quantencomputer resistente Verschlüsselung zu knacken. Oder man hat halt Spam-Werbung direkt ins Gehirn geschaltet. Von daher hatten die Systeme auch die verpflichtende Möglichkeit, alle Aktivitäten, die man online macht, zu speichern, um im Falle eines Verbrechens seine eigene Unschuld nachweisen zu können. Also quasi wie in Deutschland, nur mit mehr Überwachung und weniger Schutz. Hashtag Störerhaftung. Schlussendlich mussten die Nanobots oder zumindest ihre Ladung erneuert werden. Man konnte diese aber recht günstig in diversen Kliniken oder Apotheken einkaufen. Während der Verlust des Equipments, also des eigentlichen Headsets und der Anschlüsse sehr, sehr teuer gewesen wäre. Und ich mutmaße jetzt einfach mal, dass die Nanobots, die ja ihre Natur gemäß relativ klein sind, leicht von biochemischen Prozessen beschädigt, entladen oder abgebaut werden können. Beispielsweise wie die Leber und Niere unser Blut von Abfallprodukten befreien könnte, können sie auch das gleiche mit den Nanobots machen. Alternativ dazu könnten die Nanobots auch einfach mit geplanter Obsoleszenz versehen sein. Also dass sie quasi nach x Tagen aufhören zu funktionieren und man gezwungen ist, sich neue zu kaufen. Und nachdem ich all das jetzt erklärt habe, bin ich mal gespannt, ob das Metaverse schlimmer oder besser wird, als eben diese Technologie aus einer dystopischen Zukunft. Und damit soll es das auch schon für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.